Willkommen zur Let's Play Portal, mit mir Sandy 438, in Kammer 06. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Passen Sie auf. Vaporisierung. Gut, ich kann damit zwar nicht viel anfangen, aber egal. Flasch. Komm. Na wunderbar. Haben wir eigentlich gar keinen Namen? Oh ja, haben wir ja. Aber seit wann haben wir diesen Namen? Seit Anfang? Ich meine, ich weiß es ja nicht. Ja, leider, ich habe noch nicht Portal Prelude gespielt. Ich bin so... So gemein zu mir selbst. Oh, das wird ganz dunkel. Okay, gut. Und was uns in dieser nächsten Testkammer erwartet, sehen wir im nächsten Bad. Das war Let's Play Portal mit mir, Sandy 438. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.